Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sehe ich genauso Um seine Vorgesetzten aus dem mittleren Management zufriedenzustellen muss ein guter Sekretär viele Vorzüge besitzen Hervorzuheben ist dabei die Fähigkeit den Mund zu halten und den Anweisungen seines Chefs blind zu folgen und zwar ohne ein Wort zu sagen oder auch nur einen Laut von sich zu geben auch wird man von ihm niemals Beschwerden hören Blablablabla Blablabla Blablabla Das tut mir aber Nicht so schlimm Er hat seinen Vorgesetzten zu verehren Mach du weiter, Giorgio Klozifischal, wie ein Herrscher auf Seiten, sage ich ja Was haben wir denn, hab's ja keine Weißwürstel-Rechter-Troben Zielen, Alter, zielen Ah, ein bisschen mehr nach rechts vielleicht Ja, genau so Super, los, du bist dran Ja, was ist das? Eiferbüffscher Da guckst du gleich mal nach Die Ratten verlassen das sinkende Schiff Die Jagd beginnt In welche Richtung? Da lang Hinterher Schnappt sie euch Hallo? Ja, ja, ich weiß, Mami Ja, ich weiß doch Aber ich bin gerade sehr beschäftigt Cool, los, wir schicken einen Fass Ja Aha, die X-Docs Sorry, uns ist aber keine andere Nummer eingefallen Saget einmal, wie haben die denn das A gestellt? Meine beste Idee sind sowieso von anderen Lüten Ist ganz easy, wir zeigen's dir auch gerne Grüezi Na, wie geht's euch? Haben Sie schon mal in einem Büro gearbeitet? Natürlich Und wie viele Anschläge pro Minute schaffen Sie? Hahaha Hahaha Hahaha